da sind wir wieder mit part 2 ich habe jetzt mal eine lobby gefunden der typ hat auch direkt gestartet ich denke mal das wird jetzt besser der hat auch schon ein bisschen geld ausgegeben wie ich gesehen habe für seine waffen also das scheint nicht so ein bobby zu sein wie in folge eins der dann abhaut und jetzt fällt mir wieder ein ich habe wieder die empfindlichkeit nicht umgestellt aber na egal das ist jetzt nicht so schlimm damit kommen wir klar es war jetzt ein bisschen träge vom zielen her weil ich die normalerweise fast komplett voll hier hochgestellt habe und das ja nicht gespeichert hat bei der demo aber na gut schauen wir drüber hinweg gucken uns mal kurz den clip denke ich mal ohne pause jetzt an die alle besoffen oder was dass wir mal auf start kommen die 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 Let's show these rookies how it's done. Oh, okay. I'm sorry. I'm sorry. You're not worried about me. You're worried about me. Keep you like a soldier, nigga. You're a fucking soldier. You're a more soldier than you, man. Then, behave like a... You're a fucking soldier. There they are. Stretch the team to base. We got him. Good. Get him out of there. Suit up, gentlemen. Let's go. So. Okay. Let's go. We're right outside. Right behind you. No way. There's a chopper in the roof or extraction. You two better be honest. I'm sorry. Three has got a cylinder. You want to help? Get to the roof and get your asses on that chopper. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Wir können flanken, oder gehen direkt in die Mitte Okay, und runter hier Ich nehme mal eine Schrotflinte hier Oh, hier ist eine Räsche Bam, weg mit dir, was ist los? Weg mit dir, da kommt doch einer Weg mit euch, was soll das? Nachladen Da kommt keiner Okay, weiter geht's Ups, ich werde geschossen Ja, ruhig Wieso treffst du mich? Oh, jetzt hat's Ah ne Na? Na gut, das ist ein bisschen sinnlos rum Ah, die schießt mit Feuerstoß, oder was? Das ist ja nice Und warte geht's Ey, lass mal was übrig Jetzt mal den Weg über uns abchecken Da geht's nicht lang Da geht's nicht lang Und höher, höher, höher Los, 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 lauf, lauf, lauf Go, go, go Und Breach Okay Keine Sau da Ja, Mann Ja, Mann Ja, Mann Kommt denn noch jemand? Ne Ah, so, wir wechseln mal die Deckung, interessant Das wusste ich auch noch nicht Komm, du kommst drüber Okay Los, los, hoch mit dir Los, los, hoch mit dir Ja, tschüss, weg bist du Du darfst mir jetzt erstmal den Weg hier freimachen Ey, wieso trefft er mich? Da war noch einer Da brauchen wir auch eine Granate Da sind viele Ja Oh, hier Den wollen wir uns erstmal Blind feuern Geht auch Und macht sogar Headshot Mann, gehen wir nicht auf den Sack hier So, der ist auch tot Nice, nice, nice Jetzt müsste der hier eigentlich hochkommen Wow, 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 wow Wo ist der andere? Da Granate, ihr Wichser Multicle, nice Na, zeig dich Flankiert Auch gut So, jetzt darfst du hier diese Komische Wand runterlassen Und dann komm ich mit Ja, gut Nehmen wir uns jetzt mal hier so eine AK mit Natürlich machen wir uns neue Freunde hier Natürlich machen wir uns neue Freunde hier Natürlich machen wir uns neue Freunde hier Die Frau ist jetzt mal in der Schmerzen 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 Weißt du noch was? Nö. Get to the roof. Nice. Der hat diese Fähigkeit ganz schön gut eingesetzt, ja. Mit dem komischen Overkill-Modus. Kartell ist nicht auf die Körperarmung. Einige von ihnen sind ex-militär. Das ist ein Weg. Hey, was bleibt ihr? Wir müssen gehen! Wir brechen die Tür. Lasst uns die LZ klären. Und Breach. Go, go. Ich nehme links, er nimmt rechts, hoffe ich. Ist der tot? Der ist auch noch nicht tot. Alles klar. Schön ausgeschaltet hier die Leute. So, jetzt muss einer hier an das MG und einer muss unten bleiben. Und das entscheide, glaube ich, sogar ich. Ich bleibe auf dem Boden. So, hoch mit dir. Rein in das Gerät. Genau. Nice. Und ich bleibe hier. Weil mit dem Heli fliegen ist voll langweilig. So, jetzt kommt der ja gleich. Den wusste ich schon. Na komm, zeig dich hier. Was ist los? Okay. Oh. Den haben wir. Na komm, zeig dich hier. Was ist los? Na, weg. Das wollte ich eigentlich machen, aber okay. Ist ja da oben drauf. Oh, hier vor mir, vor mir, vor mir sind zwei Stück, oder? Wow. Den hat's weggefetzt. Ja, da können wir nichts machen bei dem einen Typen gerade. So. Wo sind die Feinde? Oh, oh, oh. Achso, nur der kann das so schießen. Achso. Ja, das wusste ich nicht. Oh, hier hoch, ja. Wir haben alle übelst weggefetzt. Oh, Schitzel, da hast du den Hüten geschossen. Oh, da ist noch einer. Oder hat der Heli denn? Der Heli hat den. Der Heli hat den. Ich finde einen Weg. Hacke den Hüten an der Antenne. Ich benutze ihn als Bruch. Ich muss jetzt den Typen erst killen, oder was? Ach, da. Nice, weg ist er. Ist hier was? Ne, ist ein leerer Raum. Alles klar. So, jetzt muss ich hier irgendwie lang. Overkill-Modus, warum? Und los geht's. Achso, jetzt muss ich ihn, glaube ich, retten, oder? Oh mein Gott! Der Helikopter! Blackheart down, Blackheart down! Wow! Jetzt lass mich doch endlich hier hoch, man. Scheiße, der hängt. Zack, wo komm ich her? Ja, der hat hier mitten in dem Crash überlebt, oder was? Willst du mich verarschen? Shit, wir sind fast tot. Wir müssen da hin, wir müssen den retten. Boah, Mann. Willst du mich verarschen? Wie viel hält der denn aus? Achso, er muss ihn killen. Haben wir jetzt verloren? Wir haben verloren. Weil der sich so lange Zeit gelassen hat, den Typen da zu killen. Aber das wäre jetzt sowieso das Ende der Mission gewesen. Wir hätten den jetzt noch gerettet und wir standen dann auf dem Dach und dann, wuhu, wir haben gewonnen, bla bla bla. Und dann ist die Demo zu Ende, das machen wir jetzt nicht extra noch. Deswegen, ähm, danke fürs Zuschauen. Die Demo ist so ganz cool, wie gesagt. Und, ja, bis zum nächsten Mal bei irgendeinem anderen Video. Ciao, Leute! Bye, Tón.